In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit N-Pro Energiebedarfsprofile für spezifische Gebäudetypen erstellen können. Das Vorgehen erkläre ich Ihnen Schritt für Schritt anhand eines beispielhaften Hotelgebäudes. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von N-Pro. Ich bin Marco Wirtz und ich erkläre Ihnen in diesem Video, wie Sie mithilfe des N-Pro-Tools Lastprofile für Wärme, Kälte und Strom mit einer stündlichen Auflösung erstellen können. N-Pro ist hervorragend für die Profilerstellung geeignet, weil es nur wenige Eingabedaten benötigt und die Simulation mit wenigen Klicks durchgeführt werden kann. Auf der Startseite des Tools klicke ich im linken Bereich auf Lastprofile und Wärmenetz, dann auf Neues Projekt erstellen. Wir können hier einen Standort auswählen. Ich lasse es jetzt bei Berlin in Deutschland und man könnte hier auch noch ein Lufttemperaturprofil hochladen, wenn man nicht das Standardlufttemperaturprofil aus den hinterlegten Wetterdaten nutzen möchte. Dann klicke ich auf Neues Projekt anlegen und wir können hier im unteren Bereich ein neues Gebäude definieren. Wir können einen Gebäudenamen eingeben, die Nutzfläche angeben und den Gebäudetyp. Und hier wollten wir ein Hotelgebäude betrachten. Dann sagen wir, das ist ein Neubau. Und auf der rechten Seite können wir noch die Energiebedarfe, die betrachtet werden sollen oder erstellt werden sollen, aktivieren. Ich mache jetzt auch noch die Elektromobilität mit rein. Sage dann Standardwerte einfügen. Und N-Pro übernimmt dann aus der Datenbank die spezifischen Bedarfe, die zu erwarten sind für ein Neubau-Hotelgebäude in Berlin. Wir haben also für jeden Standort und für jeden Gebäudetyp und Spezifikation sind spezifische Bedarfe hinterlegt. Wir haben jetzt hier die Raumwärme. Zum Beispiel N-Pro sagt ungefähr 85 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr sind für ein durchschnittliches Gebäude da zu erwarten. Trinkbarmwasser 32 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Bei der Kälte sind es 45 und so weiter. Ich kann dann auf Bedarfsprofile berechnen klicken. Hier bekommen wir dann eine monatliche Übersicht über die Bedarfe. Anschließend können wir uns die noch mal genauer ansehen. Ich klicke kurz vorher auf die Wärme. Dann sehen wir hier die Wärme abgebildet. In Grau trinkbarmwasser und die Raumwärme in Rot. Wenn ich auf stündliche Profile anzeigen klicke, dann sehen wir hier auch noch mal die Profile detaillierter aufgeschlüsselt. Hier kann man auch reinzoomen. Und hier wieder Raumwärme in Rot, Trinkbarmwasser in Grau. Und hier unten haben wir die Heatmap, das heißt die Tagesstunde aufgetragen über jeden Tag im Jahr. Das hilft einfach, um noch mal von einer anderen Perspektive zu sehen, ob die viele so Sinn ergeben. Hier würde man beispielsweise sehen, dass eben von so 6 bis 20, 21 Uhr ein erhöhter Wärmebedarf ist. Das ist das, was man für ein Hotel auch so erwarten würde. Die Abbildung schließe ich und dann klicke ich auf Gebäude zu Quartieren hinzufügen. Und jetzt nimmt unser Pro hier mit nach oben und hier ist eine, diese Tabelle beinhaltet alle Gebäude in diesem Quartier. Also unser gerade erstelltes Gebäude Nummer 1, was ein Hotel ist, was einen Wärmebedarf, einen Kältebedarf, einen Strombedarf hat. Und ich kann hier noch mal draufklicken auf Gebäudedetails anzeigen. Dann werden mir die Energiebedarfe noch mal angegeben. Die Energiebezüge aus dem Stromnetz, Wärmenetz, Kältenetz. Klicke ich auf OK. Wir können das Gebäude löschen. Wir können die Daten noch mal anpassen und noch mal leicht abändern. Und wir können das Lastprofil des Gebäudes auch herunterladen. Das ist ein Excel-File, was nur dieses eine Gebäude beinhaltet. Hier unten können wir auch auf Ergebnisse herunterladen klicken. Wenn wir jetzt mehrere Gebäude schon im Quartier hätten, dann kann man hier eine Excel-Datei herunterladen, wo eben zusammenfassende Ergebnisse und Daten aufbereitet werden. Alternativ kann man auch die CSV-Datei auswählen und sich hier für jedes Gebäude und für jeden Energiebedarfstyp die kompletten Lastprofile herunterladen. Das geht dann in stündlicher, in täglicher oder in monatlicher Auflösung. Und es können auch verschiedene CSV-Formate ausgewählt werden. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Video haben, hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Like-Button und abonnieren Sie unseren Kanal. Dann verpassen Sie in Zukunft keine neuen Videos von uns. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken. Wenn Ihnen ein Pro gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.